Hi! In diesem Video erkläre ich dir, wie du deinen frisch erstellten Digistore24 Account fertig einrichtest. Hast du dich noch nicht registriert? Mache das vorher über digistore24.com. Klicke hier rechts oben auf jetzt registrieren und folge den weiteren Schritten. Bist du damit erst fertig, musst du nur noch deine E-Mail-Adresse bestätigen. Öffne dazu die Mail, die du soeben von uns erhalten hast und klicke auf diesen Link hier. Gib noch dein Passwort ein und schon kannst du dich ganz normal mit deinen Zugangsdaten einloggen. Nun bist du auch endlich in deinem Digistore-Konto angekommen. Bevor du allerdings Digistore24 zu nutzen beginnst, musst du noch einige Dinge einrichten und das werden wir jetzt gemeinsam tun. Dazu wechseln wir unter Konto zu Details und scrollen nach unten zum Fenster Steuernummer. Hier findest du in diesem Feld auch schon die verschiedenen Schritte, die wir erledigen müssen. Lass uns zunächst einmal mit der Bestätigung deiner Telefonnummer beginnen. Also klicke auf diesen Link hier, gib deine Telefonnummer ein und klicke abschließend auf Bestätigungscode senden. Du bekommst nun einen Bestätigungscode als SMS zugesandt. Füge diesen Code im Feld ein und klicke auf Code prüfen. Und schon sollte deine Telefonnummer auch schon bestätigt sein. Im nächsten Schritt, auch wieder im Fenster Steuernummer, geht es um die Umsatzsteuerregelung. Kommst du nämlich aus einem Mitgliedstaat der EU oder aus der Schweiz, brauchen wir auf jeden Fall eine Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID von dir, da Digistore24 nur an Unternehmen auszahlen kann. Wie du hier fortfährst, hängt davon ab, aus welchem Land du kommst. Kommst du aus einem Land der EU, musst du im Dropdown eine der beiden Optionen auswählen. Wenn auf dich die Kleinunternehmen-Regelung zutrifft und du damit nicht umsatzsteuerpflichtig bist, musst du die erste Option auswählen. Außerdem musst du im Feld darunter dann deine Steuernummer angeben. Bist du allerdings umsatzsteuerpflichtig, dann musst du im Dropdown die zweite Option auswählen und im Feld darunter deine Umsatzsteuer-ID angeben. Falls du nicht genau weißt, ob du umsatzsteuerpflichtig bist oder nicht, sprich am besten mit deinem Steuerberater oder dem Finanzamt. Standardmäßig fällst du bis zu einem gewissen Umsatz automatisch unter die Kleinunternehmen-Regelung und bist demnach nicht umsatzsteuerpflichtig. Die Schwelle dazu ist allerdings in jedem Land etwas anders. In Deutschland zum Beispiel ist man bis zu einem Umsatz von 22.000 Euro im Jahr nicht umsatzsteuerpflichtig, in Österreich sogar bis zu 35.000 Euro. Aber wie gesagt, sprich, falls du dir unsicher bist, einfach vorher mit deinem Steuerberater oder dem Finanzamt. Kommst du aus der Schweiz, funktioniert es etwas anders. Hier musst du zwar auch im Dropdown angeben, ob auf dich die Kleinunternehmen-Regelung zutrifft oder eben nicht, also du umsatzsteuerpflichtig bist, allerdings ist das unabhängig vom Feld darunter. Nur falls du als eine Firma angemeldet bist, also zum Beispiel als GmbH oder als AG, musst du hier deine Umsatzsteuer-ID angeben. In jedem anderen Fall gib hier einfach deine AHV-Versichertnummer an. Solltest du allerdings aus einem Land außerhalb der EU kommen, das nicht die Schweiz ist, gib einfach die übliche Steuernummer deines Landes an. Bist du fertig, klicke abschließend hier unten auf Speichern. Nun sind nur noch zwei Dinge offen, wie du wie bereits vorher wieder hier sehen kannst. Beginnen wir mit der Zwei-Faktor-Authentisierung. Das heißt nichts anderes, als dass nicht nur deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ausreichen, um dich bei Digistore anzumelden, sondern du auch noch ein weiteres Gerät, wie bei diesen Optionen oder zumindest eine weitere Technologie benötigst, um in dein Konto hineinzukommen. Das hebt die Sicherheit deines Kontos immens an. Und weil es im besten Fall um viel Geld gehen wird, das dir Digistore zukünftig auszahlen wird, solltest du unbedingt eine solche Zwei-Faktor-Authentisierung einrichten. Empfehlenswert ist, dass du das Ganze über die Digistore24-App durchführst. Durchaus stehen dir aber auch andere Optionen zur Verfügung. Gib einfach dein Passwort unten ein, wähle deine Wunschmethode und folge immer den hier beschriebenen Schritten, wie du fortfahren musst, bis schließlich alles abgeschlossen ist. Eine detaillierte Anleitung zu allen Methoden findest du nun rechts oben verlinkt. Und hast du dann auch die Zwei-Faktor-Authentisierung fertig eingerichtet, fehlt nur noch ein letzter Schritt. Gehe dazu wieder zurück zum Steuernummerfenster und klicke auf Auszahlungskonto einrichten. Gib zunächst ganz oben dein Passwort ein und lege dann noch deine Auszahlungsschwelle fest, also ab welchem Betrag an dich ausgezahlt werden soll. Möchtest du dazu mehr erfahren, schau am besten das Video, das dir rechts oben angezeigt wird. Nun wähle ganz unten eine Auszahlungsmethode. Wählst du PayPal, überweisen wir dir deinen Gewinn direkt auf dein PayPal-Account. Willst du die anderen Methoden, transferieren wir ihn dir direkt auf dein Bankkonto. Ein Klick noch auf Speichern und schon bist du fertig. Und das war's. Schon hast du alle Schritte zur Einrichtung deines Kontos erledigt und kannst mit deiner Reise bei Digistore24 so richtig loslegen. Und da haben wir auch schon die passenden Videos für dich bereitgestellt. Wähle jetzt eine der beiden Playlisten aus, um entweder als Vendor Produkte zu verkaufen oder um als Affiliate Produkte zu bewerben.